Dubstep ist gerade gut, um schlechte Zeiten zu vergessen. Hm, erinnere mich bloß nicht daran, Hardstyler. Oh, Schrott. Auf einer... und Komponenten. Haben wir hier noch gefunden. Wunderbar. Können wir denn irgendwas herstellen, was wir noch brauchen? Neben P-Granate fehlen uns noch ein paar Sachen. Bolot of Cocktail auch, Medikit auch. Ansonsten sind wir eigentlich gut ausgerüstet, was das angeht. Das heißt, wir können weitergehen und den Plasmaschneider benutzen. Bitte nicht spoilern, wer das Spiel kennt. Ich würde mich freuen, ja. Wie ist die Grafik? Die Grafik ist total geil. Ihr dürft es nicht übel nehmen, wenn der Stream halt nicht so bombastisch läuft. Halt, äh, ein bisschen pixellig. Ich habe halt keine super schnelle Leitung. Das wird sich aber bald ändern. Ich bekomme bald meine 150er M-Bit-Leitung und dann... Huch, warum ist es denn hier so dunkel? Hallo? Kann mal einer den Lichtschalter betätigen. Und dann dürft ihr natürlich in HD die Let's Play Live Show verfolgen und das wird richtig geil. So. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wie geil ist das denn? Oder? Oder irre ich mich? Tatsache! Ich werde bekloppt. Wir sind wieder am Anfang des Spiels. Nein! Und wir brauchen immer noch hier eine Verbesserung des Ionschneiders. Wir sind am Anfang des Spiels. Ich werde bekloppt. Das gibt's doch gar nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier nochmal zurückkommen. Aber okay, jetzt können wir trotzdem nochmal dann die... Die Räume begutachten. Wir müssen auf jeden Fall da runter. Falls sich noch einige erinnern, ans letztes Wochenende haben wir nämlich hier angefangen. Und wir haben nämlich hier ein paar Sachen gefunden auf dieser Werkbank und... Unglaublich. Wahnsinn. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir doch schon auf Finale zugehen. Schauen wir mal. Wahnsinn. Denn hier haben wir ja... Das haben wir nämlich aktiviert in der ersten Folge. Oh. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Und ich weiß nicht... Ach du Scheiße. Ähm. Schlüsselkarte. Nehmen wir die auch mal auf? Der hat auch schon bessere Tage gesehen. Der hat ein Loch im Kopf. Hm. Gibt's sonst noch was zu sammeln hier vielleicht? Nein. Okay. Ich frage mich, wofür wir die Pumpgun haben. Ähm. Komisch. Ich habe ja einen Test gelesen. Da haben sie die Grafik bemängelt. Ja, aber... Ähm. Die Grafik ist total Bombe. Also... Gut. Man muss überlegen, dass es natürlich ein sehr steriler oder ein sehr statischer Stil. Ne? Ja, weil es halt dieses klassische, äh, 70er, 80er Raumschiff-Style, äh, Stil halt ist. Gut, muss man sich mit anfreuen. Aber ich finde es total geil, wer Fan von der Reihe der Alien und die Alien-Spiele gespielt hat. Die anderen alle. Muss ich sagen, die anderen waren alle nicht so berauschen. Aber das ist echt ein Alien-Spiel, wo ich sage, Wahnsinn. Und wir haben eine Pumpgun. Ich werde bekloppt. Wir haben tatsächlich eine Pumpgun. Ach du Scheiße. Und die sieht auch geil aus. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Nach die Konsumer, ja. Ja, ich habe Angst auf jeden Fall. Das dauert aber ganz schön lange hier. Ja, ich habe Angst. Nach Konsumer. Schön, dass du da gewesen bist bei der Let's Play Live Show. Und ich weiß, wo wir sind gerade. Und wir werden Waits erledigen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich bin noch nicht besucht haben. Ich bin noch nicht besucht. Und speichern wäre mal toll. Ich muss mal eben kurz auf die Karte. Ich will ja eigentlich nicht auf die Karte gucken. Aber ich würde gerne speichern. Ich weiß, dass da oben ein Speicherpunkt gibt. Und hier kam nämlich auch nicht das Alien. An dieser Stelle. Das heißt, wenn wir Glück haben, kommen wir hier zum Speicherpunkt. Ja. Ich werde auch nicht rennen, sondern ganz normal gehen. Das ist auf jeden Fall der Start des Spiels. Wo wir jetzt sind. Was ist mit diesen Robotern? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die noch... Okay. Der Robi-Roboter stand wieder hier vor. Ich weiß nicht, warum. Weil normalerweise hatten wir den weggeschoben. Der Speicherpunkt müsste eigentlich jetzt gleich hier auf der linken Seite kommen. Wenn wir da... Wenn wir da hinkommen. Schauen wir mal. Sie läuft auch ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, was sie immer testen. Wie gesagt, ich mache mir mal selbst ein Bild vom Spiel. Und ich wusste schon vorher, dass es sehr, sehr geil wird, Alien Isolation. Und sie haben nicht gelogen, was die Trailer angeht und alles. Und hier ist definitiv ein Speicherpunkt. Das weiß ich. Denn hier ist nämlich die Bar, wo wir gewesen sind am Anfang des Spiels. Boah, cool. Wir sind wieder ganz am Anfang des Spiels. Wie geil ist das denn? Hast gesoffen? Was ist das denn für eine Frage? Meinst du mich? So, schauen wir mal. Wir hatten hier auf jeden Fall... Ich kann mich entsinnen, dass hier eine Tür war. Die wir erst öffnen können, wenn wir einen... Äh... Plasmaschneider, glaube ich, hatten oder so. Das heißt, ich werde jetzt erstmal partout zurückgehen in die Richtung. Nicht jetzt, um das Spiel in die Länge zu ziehen. Sondern um euch alles zu zeigen. Das ist übrigens auch eine Tür, wo wir noch nie waren. Wo wir auch nicht hinkommen bis jetzt. Gucken wir mal. Rise of Rome soll angeblich die beste Grafik haben. Xbox One. Ja, in den Trailern sieht es ja geil aus, ne? So, hier ist zum Beispiel eine Tür. Die konnten wir nicht öffnen. Gucken wir mal, können wir die jetzt offen machen? Die Verbesserung für den Ionenschneider. Also kommen wir hier immer noch nicht rein. Ah, die Reflex, dass du jedes Wochenende trägst, das wissen wir ja. Was soll das denn heißen? Okay, ich werde hier mal rennen. Ich fühle mich ein wenig sicher. Nein. Hier brauchen wir den Ionenschneider, die Verbesserung. Okay, also sind wir quasi umsonst zurückgelatscht. Mein Gott. Aber hier ist auf jeden Fall das Anfang des Spiels. Sollen wir denn nochmal weiter zurückgehen? Ist denn da noch irgendwas Besonderes? Ne, eigentlich nicht. Okay, dann gehen wir wieder die richtige Richtung. Die Tester kannst du eh nicht mehr trauen. Achte auf rote Kreuze. Okay. Danke für den Tipp. Hier ist übrigens auch, in der Bar ist übrigens auch, äh, das Licht aus. Das dynamische Licht, was wir am Anfang des Spiels gesehen hatten. Jetzt aber mal wieder eine Frage an euch. Ähm... Wird es denn... Besteht denn die Möglichkeit, dass man einen Speedrun bei Alien Isolation macht? So wie bei Outlast. Also ich bin eher der Meinung nicht, weil dafür zu viele Elemente in dem Spiel gibt. Ich mein, kann man machen, aber mit Rennen ist eh nicht so toll hier. Äh, Alien oder Mittelerde zocken? Hm, schwere Frage. Also bei Outlast haben wir schon so, so, so viele Speedruns gemacht. Aber ich glaube, bei Alien wird es echt schwierig, sowas zu tun. Schauen wir mal, wie, äh, wie die Überlebensmodi so sind. So. Wir müssen auf jeden Fall durch diese Tür wieder gehen. Nein, Sascha. Hab's versucht, das Alien kommt immer random. Da läuft der Speedrun nicht. Okay. Mein Gott, das ist irgendwie ein cooles Gefühl, wieder an dieser Stelle zu sein, wie am Anfang des Spiels. Das macht so irgendwie das Ganze richtig geil. Genau, das Alien ist für Speedrun zu random. Zu random. Ähm, okay. Da war der Aufzug, wo wir lang müssen. Ich schau mich trotzdem nochmal hier um, weil ich weiß, dass wir hier eine Tür hatten, die aber, glaube ich, nicht mehr offen geht, ne? Schade. Naja. Trotzdem ist es ein geiles Feeling, bin ich ganz ehrlich. Colonial. Colonial Packs. Okay. So, da haben wir den Fahrstuhl. Outer ist es immer dasselbe. Naja, Feuersebar. Alien nicht. Das stimmt wohl. So, Ladebildschirm. Mit gepassenen Gegenständen können Sie Gegner beschädigen, außer Gefecht setzen oder ablenken. Prost zusammen. Willkommen zu Let's Play Live Show. Auch an alle neuen Zuschauer, die eingeschaltet haben. Einfach Werbung in den Chat schreiben. Und ihr seht meinen YouTube Channel. Und alles Weitere, wann die Let's Play Live Show immer wieder streamt. Ja, einfach Werbung schreiben in den Chat. So, auf deinem Radar sind jetzt die Roboter markiert, wenn du nährst. Wenn du nährst. Das war vorher schon. Weg mit dem verhalteten Müll. Ich sehe nur ein Alien und das ist Flex. So, ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf, ähm, ja, das Weihnachtsspecial auf YouTube. Und es wird ein Silvester-Special geben. Hier im Stream. Dürft euch auch freuen. Gehen Sie zum Marschallbüros zurück. Flexi ist nackig. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Huch. Ich treffe Sie dann im Büro. Oh, lecker. Schade, dass es die Pringles Cheese and Onion nicht mehr gibt. Äh, okay. Rotes X. Mir hat mal jemand gesagt, rotes X achten. Das wäre hier. Da kann ich aber nichts tun. You always a working Joe. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir alles so tun können. Ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, oh, auf jeden Fall erstmal tun wir erstmal speichern. Das tun wir jetzt erstmal als erstes. Ja. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. So. Silvester von der Konsole hängen ist uncool. Ich kann aber nochmal was sagen, was uncool ist. Silvester auf der Arbeit hocken bei Frühschicht ist noch uncooler. Und ich gehe definitiv dies Jahr nicht um 22.30 Uhr im Bett und um 0 Uhr höre ich es draußen knallen, weil ich am nächsten Morgen Frühschicht habe, sondern ich werde definitiv hier vom Stream hängen. Und wer von euch noch dabei sein wird, Silvester, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, es werden ein paar zusehen. Wenn ihr auf Party seid, ist auch schön. Freut mich natürlich für euch. Und wenn ihr bei mir seid, freue ich mich natürlich umso mehr. Ja. Einige werden vielleicht da sein. Schauen wir mal. Oh, hier. Hier haben wir den Putzroboter. Der sieht voll lustig aus. Hm. Äh, Herald keeps Silvesterpool clean. Herald heißt er. Herald, der Putzroboter. Was haben wir hier? Tür verschlossen. Verdammt cool. Irgendwie alles. Was? Was war das? Ich glaube, jetzt fängt das Gruseln wieder an. Da quasselt einer. Pst. Hallo? Oh, da sind welche. Pst. 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 Hallo? Lass mich... Was denn? Was? Ich hab doch... Hallo? Ich hab... Ich aktiviere den Putzroboter. Ich aktiviere den Putzroboter. Ja. Ich, äh... Äh, wo soll ich denn hin? Öffnen Sie die... Das... Öffnen Sie... Die Sicherheitsgitter der Galerie. Mhm. Ja, dann wollen wir mal. Trinke eh nichts, Silvester. Da müssen wir hin. Da komm ich aber nicht rein, weil der Strom fehlt. Na toll. Wie soll ich denn hier... Okay, jetzt geht das große Suchen wieder los. Da ist noch eine Kiste, die haben wir noch übersehen. Sehr schön. Aktiviere echt den Roboter und folge ihn. Ich glaube... Das ist auch, glaube ich, der Tipp. Deswegen ist da oben auch dieser Herald. Herald, der Bodenstaubsauger. Tatsache, ey. Das gibt's doch gar nicht. Hey, wir folgen einfach mal Herald. Wall-E. Könnte man... Oh, ist der schnell. Ich bin Herald. Der Bodensauber. Äh, Sauger. Cool. Geil. Okay, ich muss mich erstmal aufladen. Sehr schön. So sind wir auf jeden Fall schon mal weitergekommen. Da ist noch... noch ein Herald. Da kommen wir nicht rein. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Bye-bye, Shelly. Ja, gute Nacht, Shelly. Mach's gut. Schön, dass du da gewesen bist. Oh mein Gott. Gut. Wo sind wir denn jetzt? EMP-V2. Oh, okay. Die EMP-Mine haben wir einen neuen Bauplan. Aber wir haben nicht die Elemente dafür. Aber ich werde dann ein neues Medikit herstellen. Dann haben wir das nämlich. Molotow-Cocktail fehlt uns noch. Wie viele Medikits können wir denn herstellen? Mein Gott. Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun? Werde ich mal vorsichtshalber mal ausrüsten. Weil man weiß ja nie, ne? Das klingt super. Hallo? Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Genau. Nein, das ist was anderes. Sie haben Ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von Ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Okay. Super. Passen Sie auf sich auf. Auf jeden Fall. Schauen wir mal hier in die Tür. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Ach, hier müssen wir rein. Okay, dann werde ich aber trotzdem erstmal mich hier umsehen. Weil es kann ja nicht verkehrt sein. Da brennt irgendwas. Boah, es sieht mit dem Feuer auch total geil aus. Ich weiß, bei euch sieht das nicht so mit dem... Ein bisschen mit dem Verpixeln so ein bisschen schlecht aus. Tut mir auch leid. Wie gesagt, keine super High-End-Verbindung. Kommt ja bald die 150er Mbit-Leitung bei mir. Dann in HD. Die Let's-Play-Live-Show. Ich denke mal, wahrscheinlich nächstes Jahr wird das soweit sein. Ich freue mich schon. Sieht ein bisschen aus wie der Strom. Als ob der Strom da pinkelt. Naja. Okay. Eben wie schon geil. Gut, dann gehen wir mal da hinten durch die Tür. Eine Leuchtfackel war da auch drin. Oh, Speicherpunkt. Ja. Speichern. Erstmal schön speichern. Boah, geil. Eine coole Bar. Ähm. Was hätte ich... Was hätten Sie denn gerne? Ich hätte gerne eins mehr noch Eis. Mit einer Kirche drin. Gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt's nur Getränke und Nahrung aus der Tube. Äh. Ich hab schon mal das komische Geräusch gehört. Wie als wenn ein Alien kommen würde. Ja, werde ich auf jeden Fall. Hi, Bulli. Schön, dass du da bist. Willkommen zur Let's Play Live Show. Na, du Sack. Oh, da liegt ja ein Turmband. Wir haben ja direkt dran vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen und ich weiß nicht, äh... Ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich hab die Menschen hier als bloße Fußnoten zu meinem Artikel angesehen. Etwas herzterreißendes. Als die Leute dann zu verschwinden begannen, war ich außer mir vor Freude. Das war eine große Sache. Aber jetzt sind die Menschen verängstigt und eine Funkstörung bedeutet, dass wir alleine sind. Ich bin hier gefangen wie alle anderen. Eine weitere Fußnote. Noch ein Opfer. Speichern ist unrealistisch. Das stimmt allerdings. Aber sonst würde ich nicht weiterkommen. Hast Nachricht bekommen? Ja, ich wollte mir angucken, aber das Playstation-Network hat ja mal wieder so schön schnell geladen, dass ich mal wieder... ...dass ich mal wieder dazu kam, so ganz schnell das Bild zu sehen, aber, äh, kam ich leider nicht zu. So, was muss ich denn hier tun? Ähm, Strom wiederherstellen. Ja, super. Ich kann an dem X nichts machen. Ich, äh... Ich weiß nicht, was da... ...der Ranger mit seinem X hat, aber ich kann an dem X nichts tun. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen wieder zurück. Wahrscheinlich durch den Schacht, ne? Genau. Der Sound ist richtig Bombe. Unerlässlich. Achso, nicht unrealistisch. Achso, okay. Entschuldigung. Habe ich mich verlesen? Tut mir leid. Ne, der Sound ist echt richtig geil. Also, wer das mit Kopfhörer spielt, kann ich nur jedem empfehlen. Bitte mit Kopfhörer spielen und, ähm... Und Vollbildschirm. Und alleine im Dunkeln. Also, Bombe. Kann ich nur jedem empfehlen. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, eine Schlüsselkarte. Da ist ein Terminal, was wir nicht benutzen können. Aber hier können wir... ...den Schalter benutzen, den Strom wiederherzustellen. Das machen wir doch direkt. Powerlevel. Tja, Sample, darauf kann ich dir keine Antwort geben. Und darauf kann dir nur ein Video von mir eine Antwort geben. Wenn du mal bei mir vorbeischaust. Höh. 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 Auf YouTube. Schau einfach mal vorbei. Na, komm. Komm. Komm, komm. Bäm. Du auch? Du willst auch was? Ja, du willst auch was? Greifen sie keine Verbündeten oder Zivilisten an. Der hat doch mit der Waffe auf mich gezielt. Der hat doch mit der Waffe auf mich gezielt. Was soll denn das? Taugt das Spiel was? Deutsche Welle... 72 72. Grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Das Spiel taugt auf jeden Fall. Was solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen und reingucken? Definitiv. Das Spiel ist total geil. Was ist mit den Androiden los? Ich hab keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahr? Sagst du nichts wegen Lesen und Flex? Ich hab keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Wegen Lesen? Äh. Ich bin gerade nicht bei der Sache. LittleBigPlanet 3? Ja. Ja. Ich hatte die beiden Teile gespielt gehabt. Und auf jeden Fall. Definitiv. So. Die Schlüsselkarte nehmen wir mit. Und wir werden auch mal den Strom aktivieren. Ähm. Warum? Äh. Der eine hat doch auf uns geschossen. Doch vorhin schon. Okay. Ich werde mal keine Waffe ziehen. Und mal schauen, was passiert. Der schießt doch auf uns. So. Was? Brenn du Sau. Brenn du Sau. Äh. 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 Geh weg. Au, 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 au. Ja, greifen sie keine Verbündeten an, wenn er da im Weg steht, wenn ich mit dem Flammenwerfer zugange bin. Wann bist du mal bei der Sache? Was sind das für blöde Störungen im Menü? Welche blöden Störungen? Welche blöden Störungen sind im Menü? Was ist mit den Androiden los? Ich hab keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Versammt, ich habe keine Ahnung. Ist verschoben worden? Versammt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Erst fragen, dann schießen. Okay, da sind auch noch Androiden, die noch rausrasten. Die wir schleunigst umgehen sollten. Aber ich würde gerne die Dings retten, die da sind. Die Zivilisten. Okay, dann probieren wir mal den Äh, erst die Pumpgun und dann den Elektroschocker Für die Androiden aus Also erst Pumpgun Und dann, äh Komm, mach die Tür auf So, wo ist jetzt Elektroschocker? Da, Elektroschocker Hallo? Achso, ich muss den nachladen, ne? War doch so irgendwie, ne? Wie leid ich den nochmal nach? Brenn, du Sau Oh, scheiße, wir haben keine Ah, ah Nein, 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 nein Nein, 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 au, au Boah, Gott sei Dank Boah, meine Güte So, ähm Das hätten wir Wir müssen hier lang Ich hoffe, dir geht's gut Ja, ja, hau du ruhig ab So, da haben wir wenigstens ein paar Zivilisten gerettet Wenigstens ein paar Voll Terminator-Style mit den Augen, ja I'll be back I get to the shopper Nein, du sollst die Kiste aufmachen und alles nehmen Hmm Untertitelung. BR 2018